Hallo Leute, um euch das Ganze jetzt mal ein wenig bildhafter vorzustellen, müssen wir natürlich noch ein paar Worte vorweg verlieren. Und zwar sind alle Mitspieler in Gruppe 5 im Extra-TS-Channel, damit die untereinander reden können, was den Main-Raid dann nicht stört. So, Aufgabe ist es einfach nur, das Ad in richtiger Reihenfolge zu kicken und zu töten. Schwer ist es eigentlich nicht. Und dann läuft man wieder raus und kann den Boss töten. Und jetzt sehen wir uns mal an, warum das nicht immer so gut funktioniert. Keine Panik, Ursock ist unterwegs.